Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, willkommen zur zweiten Folge von Race07, zur ersten Folge unserer ersten gemeinsamen Karriere und Meisterschaft, wie auch immer. Wir werden heute also eine Pseudokarriere starten und uns dafür erstmal eine Meisterschaft erstellen. Und zwar dachte ich mir, wir fangen einfach mal klein an, so wie sich das in einer Karriere gehört. Aber nicht zu klein. Also es wurde gesagt, vielleicht nimmst du ja vielleicht mal den Mini als Einstieg. Nee, danke. Ich bin absolut kein großer Freund von Minis. Karts gibt es leider nicht, deswegen erstellen wir uns jetzt erstmal überhaupt eine Meisterschaft. Wählen irgendeinen sinnlosen Namen. Und das interessiert uns alles nicht. Leider müssen wir mit der Streckenauswahl anfangen. Ich dachte mir, wir nehmen mal den Kalender der 2006er WTCC-Saison, da sich dieser noch gut unterscheidet von der 2010er Variante. Und die 2010er WTCC-Saison werden wir im Prinzip dann im Laufe unserer Karriere nachspielen. Allerdings muss ich jetzt eben erstmal mir das Ganze hier zusammenklicken. Wir fangen mit Mons an, gehen über Manikur nach Brans Hedge, was wir aus der DTM Experience schon kennen. Ossersleben kennen wir auch aus der DTM Experience. Curitiba ist eine schöne kleine handliche Strecke, die, ich weiß gar nicht, ob die sonderlich bekannt ist. Puebla sagt mir persönlich überhaupt nichts. Brünn, eine sehr schöne Strecke. Hoffentlich kriegen wir die in R3E auch irgendwann mal. Istanbul war auch mal Austauschort der Formel 1. Valencia, seinerzeit noch nicht der Street Circuit. Also müsste das Katalonia sein, oder? Ach, ich rede schon wieder wehres Zeug. Und zum krönen Abschluss Saisonstation Nr. 10, Makao. Zufälligerweise an einem 19. November. Ja, das ist also unser Kalender von Italien über Frankreich nach Britannien. Kurz dazwischenstopp in Deutschland. Dann einmal rüber nach Südamerika, Mittelamerika, ab nach Tschechien, dann zurück Türkei, Spanien und einmal ganz weit weg ins ferne China, in das chinesische Monaco, nach Makao. Eine der anspruchsvollsten Strecken überhaupt. Bin mal gespannt, wie das Ganze so läuft. Die Streckenauswahl hier mit 10 Strecken relativ übersichtlich. Ich denke mal, wir werden eine relativ große Anzahl an Meisterschaften fahren. Um eine umfangreiche Karriere darzustellen, steigern uns hoffentlich in jeder Meisterschaft ein wenig, was so die Leistungsklasse des Autos angeht. Und welches jetzt unser Einstiegsmobil sein wird, schauen wir uns doch gleich mal an. Und zwar haben wir hier eine riesige Auswahl an Klassen. Ich habe euch ja schon ein paar genannt, die eben nicht drankommen werden. Zum Beispiel diese amerikanischen Muscle Cars oder die Supersportwagen wie der Königsecretär der Gumpad Apollo. Da stehe ich einfach nicht drauf, weil die sind einfach unfahrbar, egal in welchem Spiel. Eigentlich wollte ich hier anfangen mit so einer Radical-Klasse SR3 oder SR4. Aber ich dachte mir, wir fangen mit etwas Ordentlichem an. Mit etwas Dezentem. Und zwar Formula BMW. Wir gehen hier mal in diese Fahrzeugansicht. Offensichtlich ein Formelfahrzeug. Relativ offensichtlich. Relativ offensichtlich, ihr seht es ja hier zur Linken, schwach motorisiert. Ich denke mal 140 PS ist für eine Einsteigerklasse ganz vernünftig. Also nach dem Kart, so 140 PS Formelfahrzeug, kann man nicht viel verkehrt machen. Ich würde sagen, das ist ein ganz guter Karriereschritt aus dem Kart in die Formel BMW. Welche es auch übrigens wirklich gab. Und zwar von, kommt darauf an, wo man schaut. 2004, äh 2000 bis 2007. 2002 bis 2007, Entschuldigung. In Deutschland. Da gab es dann so unbekannte Fahrer, also Meister wurden unter anderem Nico Rosberg. Also das sagt mir überhaupt nichts. Maximilian Götz. Habe ich auch noch nie gehört. Also Nico Rosberg, wer es nicht weiß. Formel 1. Mercedes AMG Rennstall. Maximilian Götz. Müsste ADAC GT Masters unterwegs sein. Dann sowas wie Sebastian Vettel. Viermaliger Weltmeister der letzten vier Jahre in der Formel 1. Nico Hülkenberg, habe ich auch noch nie gehört. Formel 1 jetzt bei Force India. Christian Vettoris, auch ein Name, der mir überhaupt nicht geläufig ist. DTM, Mercedes. Und Jens Klingmann, das war jetzt der einzige Name von den deutschen Formel-BMW-Meistern, der mir persönlich nichts gesagt hat. Kleine Recherche ergab, 2010 ADAC GT Masters Fahrer. Könnte sein, dass ich schon mal über ihn gestolpert bin, aber das ist eigentlich einfach ein Name, der mir nichts sagt. Aber davor die anderen fünf, ich denke, die hat der eine oder andere schon gehört. Also die Formel-BMW nun wirklich nicht so ein Nebenschauplatz, wo man eh niemanden kennt, der da mal rausgehüpft ist, sondern wirklich bekannte Namen, die hier mal einen Meistertitel gefeiert haben, bevor sie dann ihren nächsten Karriere-Schritt erklommen. Deswegen denke ich, ist das auch ein ganz passender Ansatz hier. Wir hatten auch eine britische Variante der Formel-BMW von 2004 bis 2007. Ein Sieger, der mir da namentlich rausgestochen ist, Markus Eriksson. Ich glaube, das könnte auch dem einen oder anderen... Dann in Amerika hatten wir sowas auch von 2004 bis 2009. Ein Name, der uns allen was sagen dürfte, ist Robert Wickens. Ja, man glaubt's nicht. Auch er fuhr mal Formel-BMW. Alex Rossi oder Alexandra Rossi. Alexandro... Alexandro Rossi. Alexander Rossi, jetzt hab ich's, meine Güte. Man sollte nicht den abgekürzten Namen hinschreiben, wenn man nicht weiß, wie er richtig heißt. GP2-Fahrer, auch ein bekannter Name, der auch, glaube ich, mal mit Ketterhem in Verbindung war in der Formel 1. Also passt auch schon. Europäische Variante. Es sind dann drei Meister rausgekommen. Es ist bei Gutierrez. Schon mal gehört. Bring ein paar Millionen mit in der Formel 1. Philipp Nasir, momentan dritter Mann bei Williams. Hat man also auch schon mal gehört. Robin Friens, der momentan in der GP2, Formel 3, keine Ahnung, irgendwo da in der Ecke unterwegs ist und auch im Dunstkreis der Formel 1 irgendwo agiert. Ich weiß leider gerade nicht, in wessen Nachwuchsprogramm der sich bewegt. Aber ich glaube, der war da auch irgendwo aktiv. Das heißt, die Formel-BMW, also wirklich so ein, naja, nicht Karrieresprungbett, aber doch eine seinerzeit wirklich viel genutzte Einstiegsmöglichkeit in den Formelsport, in den internationalen Sport, zumindest bei jedem organisierten nationalen Sport, mit eben Namen wie Vettel, wie Rosberg, Hülkenberg, wie Torius. Das sind Namen, die uns allen, denke ich mal, was sagen. Und dementsprechend wählen wir auch die Formel-BMW als Sprungbrett für unsere Karriere. Sofern wir als Meister hervorgehen, was ich einfach mal hoffe, und wenn nicht, ist auch egal, die nächste Station führt uns dann nach Schweden. Wir besuchen dann Simbin, nicht um ihn vor die Reifen zu treten, sondern um dort an der schwedischen Touring-Wagenmeisterschaft teilzunehmen. Das wird unsere nächste Karrierestufe werden, so der aktuelle Plan. Wir hangeln uns dann über die Formel Master, in die WTCC, dann in den GT-Sport, in die Formel 3000, das sind dann Geschosse mit 461 PS, in den GT-Club, in die WTCC Extreme, das ist schon... das wird lustig. 600 PS auf so einem WTCC-Fahrzeug, ja. Und zu guter Letzt enden wir in der GT Pro mit der ganz normalen Chevrolet Corvette C6R mit 610 PS. Ich denke, das ist ein würdiger Abschluss unserer Karriere. Ich denke, die einzelnen Staffeln oder die einzelnen Stationen unserer Karriere sind halbwegs... naja, nicht aufeinander aufbauen, aber wir kriegen immer ein bisschen was dazu, sei es ein bisschen an Leistung, sei es an Fahrerfeld. Also, ich persönlich bin der Meinung, dass es eigentlich ein ganz guter Mix aus allen möglichen Klassen, also sei es Tourenwagen, Gran Turismo oder eben Formelwagen ist und da eben jedes Mal auch eine Steigung zu erkennen ist. 128 Nm hat dieses Vehikel nur dementsprechend leicht lässt es sich auch fahren. 455 Kilo, leicht das ganze 6-Gang-Getriebe, 1,2 Liter Motor, ist also klein, handlich, schnuckelig, aber eben ein guter Karriereinstieg. Und genau mit diesem Auto, auch von einem Deutschen gefahren, geht es weiter. Ich gucke gerade nochmal, ob es hier auch berühmteren Namen gibt. Komischerweise nicht. Naja, wir bleiben jetzt mal bei Andreas Wilke und tüpfen hier mal eine Runde weiter. Wir fahren nach Zeit. Ich habe mir gedacht, wir machen einfach 60 Minuten Rennen, lassen das Qualifying weg, lassen das Training weg, machen einfach nur ein Rennen, 60 Minuten lang mit ein bisschen Taktik-Spielchen und dann passt das. Gegnerstärke 95%, ich habe gerade mal ein bisschen rumgespielt, also 95% müsste machbar sein. Ich hoffe einfach, es passt, ansonsten haben wir Pech gehabt. Das Wetter, veränderbar. Das heißt, wir haben mal Regen, wir haben mal Sonne. Ob auch beides innerhalb eines Rennens möglich ist, das wiederum weiß ich nicht. Aber es kann von Rennen zu Rennen auf jeden Fall unterschiedlich sein. Etwas, was uns natürlich in R3e, DTM Experience noch fehlt. Automatikgetriebe brauchen wir nicht. Kupplung, bin ich mal so frei. HBS, wech damit an die Schlupfregelung. Stabilitätshilfe. Aufgrund der Rennlänge von einer Stunde, denke ich mal, Schadensempfindlichkeit 50% ist genehm. Das heißt, man kann ein paar Mal anschlagen, bevor was passiert, aber es passiert halt irgendwann doch was. Zwei-Rennen-Format, nicht unbedingt. Mir reicht eine Stunde Rennen. Das müsste schon genügen. Training, habe ich gerade gesagt, nein. Qualifikation, nein. Warm-up, nein. Gewichtsstrafen, ja. Das heißt, je besser wir unterwegs sind, desto mehr Zuladung bekommen wir. Startmodus stehend, so wie sich das gehört. Mechanische Fehler kann natürlich auch passieren. Ihr habt ja schon im ersten Video gesehen. Motorschaden, ne. Freut uns alle. Bleibt auch an. Reifenabnutzung machen wir mal auf zwei, damit wir ein bisschen mehr taktieren können über die Boxenstops. Flaggenregeln voll. Pflichtboxenstops brauchen wir nicht. Die Gewichtsstrafen habe ich so belassen, wie sie sind. Braucht uns eh nicht zu interessieren. Wobei, das ist natürlich schon heftig, ne. Wenn man hier 60 Kilogramm Zuladung hat bei einem 450 Kilo Auto. So. Naja. Soll ich sie nicht doch rausnehmen? Egal, die anderen sind auch erfolgreich, also lassen wir es mal dabei. Und somit geht es dann auch gleich zu unserem ersten Rennen. Monza. Und ab jetzt läuft die Zeit. Während das Ganze lädt, werde ich mal versuchen, noch zwei, drei Worte dazu zu verlieren. Monza, die älteste permanente Rennstrecke Europas. 1922 gab es hier das erste Rennen. Das war es auch schon wieder. Naja. Wir gucken mal ganz kurz, was sagt denn hier das Wetter? Die Strecke momentan trocken. Die Vorhersage trocken. So gehört sich das. Rennzeit 1 Uhr nachmittags. Streckentemperatur 27 Grad. Lufttemperatur 29 Grad. Komisch. Eigentlich müsste es andersrum sein, glaube ich. Fahrzeugsetup belassen wir so. Ich habe vorhin ein paar Proberunden gedreht, um mich auch an Strecke und Fahrzeug zu gewöhnen. Das sah also soweit ganz gut aus. Aber man hat hier auch etliche Einstellmöglichkeiten. Was ich allerdings machen werde, ist, ich werde mal auftanken auf 50 Liter, damit wir ungefähr eine Drittel Renndistanz damit auch auskommen. Das müsste soweit passen. Reifen haben wir Slicks drauf. Regenreifen brauchen wir nicht. Dafür ist es trocken genug. Und dann sollte das soweit passen. Übersetzung ist in Ordnung. Könnte ein bisschen länger sein. Aber ich denke, das passt schon. Also das ist ein guter Kompromiss aus Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Und dann hüpfen wir noch mal ganz kurz hier in das Boxenmenü. Und zwar brauchen wir einen Boxenstopp. Na, bin ich schon wieder zu blöd, ins richtige Feld zu tippen? Ja. Das ist ja... Naja. Da studiert man schon und schafft es noch nicht mal, ins richtige Feld zu tippen. Wir werden ein wenig tanken. Und zwar... 50 Liter, bitteschön. So. Sehr schön. Wir werden auf Slicks wechseln, vorne wie hinten. Und der Rest sollte soweit passen. Ja. Das, denke ich mal, sollte genügen. Zwei Stops plane ich momentan ein. Und ansonsten müsste das passen, würde ich sagen, geht es gleich ab ins Rennen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sieht momentan nichts aus. Ich habe euch ganz grob über den Karriereplan aufgeklärt. Habe das Auto kurz vorgestellt. Die Strecke werde ich jetzt gleich nochmal versuchen, während des Rennens vorzustellen. Sofern ich da irgendwie dran denke, dazu Zeit habe. Die Einstellung haben wir gemeinsam getroffen. Boxenmenü habe ich auch schon vorbereitet. Dann sollte das Ganze so passen. Wir stehen. Das habe ich jetzt gerade gar nicht bedacht. Ob ich irgendwie zufällige Startaufstellung gewählt habe. Oh. Super. Platz 24, da wo wen gehören. Ähm. Hm. Natürlich doof. Nun denn. Wo ist denn die Ampel? Egal. Los geht's. Erstes Rennen unserer Karriere. Das auf der Nordschleife zählt natürlich nicht. Das war ja nur so just for fun. Aber jetzt geht's hier mit den 140 PS Geschossen über Monza. Über die Rennstrecke, die seit 1950 bis auf ein Jahr Pause jedes Jahr eine Formel 1 Grand Prix veranstaltet hat. Auf die knapp 6 Kilometer lange Strecke im königlichen Park von Monza. Die Schikanen erst seit den 70ern drin. In den 30er Jahren schon mal mit Reifenstapel aufgebaut. Ich habe ja schon erwähnt, irgendwann im anderen Video, dass Monza eine gewisse Historie hat. Also dass die Strecke 1922 eröffnet. Ähm. Und wirklich viel befahren. Auch leider einige Todesfälle. Jochen Rind, Graf Berg von Trips. Ähm. Alberto Ascari. Ronny Pettersson. Im Streckenposten in den 2000ern. Es ist auch ein paar Motorradfahrer noch, die hier ihr Leben ließen. Es ist also wirklich eine traditionsreiche Strecke. Und auch leider eine mit einer traurigen Historie. Ähm. Aber mittlerweile relativ sicher. Und immer noch relativ unterhaltsam. Eine der schnellsten Strecken überhaupt. Im Formel 1 Kalender glaube ich die schnellste. Single Yellow Flag in Sektor 2. No over time. Nein, nein, nein. Was war denn das schon wieder? Haha. Ha. Man staut sich hier. Was ich ein bisschen langweilig finde, ist, dass man seinerzeit in der... Ja, doch. Dass man in der Formel BMW keine unterschiedlichen Lackierungen hatte, sondern dass die alle gleich aussehen. Aber halb so doppelt. Trotzdem quälige, lustige Autos. Ah, da überholt er mich einfach raus in die Socke. Eifer Bibsch. Aber sauber gemacht. Der hat gewartet, bis ich bremse und ist dann außen dran vorbeigezogen. Anstatt einfach hinten drauf und weg damit. Also das machen sie hier in Race 07 schon ganz gut. Das gefällt mir. Zwar kommt es manchmal zur Berührung, wenn ich für die KI unvorhersehbar früh bremse. Aber insgesamt macht die Karriere einen ganz guten Eindruck. Man sieht hier auch wieder die Ansätze der Stallwandkurve, die es ja einmal gab, die in vier Jahren der Formel 1 WM befahren wurde. Und zwar 55, 56 sowie 1960 und 1961. Da gab es dann eine 10km-Variante mit Stallwandkurve und die sieht man hier eben auch in Ansätzen. Ich finde die Strecke auch grundsätzlich sehr schön gestaltet. Also grafisch dafür, dass das Spiel acht Jahre alt ist, knapp, doch super aufgelegt. Und ich hoffe einfach, dass man in R3E irgendwann mal ein paar Features hier aus Race 07 wieder übernimmt. Also das ist einfach ein geniales Spiel. Gut ausgearbeitet. Viele Features, toller Umfang. Und es funktioniert halt einfach. Das ist ja auch ganz wichtig. Also ich denke, hieran sollte sich Simbin ein wenig orientieren. Und wir hoffen einfach mal, dass es irgendwie bald mal so wird. Ich wollte gerade instinktiv mein Abweißvisier schon mal entfernen. Aber dafür ist es ein bisschen früh im Rennen. Später diese Kurve verpeilt. Oh! Oh! Böse, böse, böse. Aber zum Glück nichts beschädigt. Ah, okay. Das kann man ja nicht ahnen, dass plötzlich vor allem einer auf der Strecke steht. Falls einer von euch übrigens Formel 1 hier erwartet. Es gibt eine Formel Race Room, die so ein bisschen die 2010er ungefähr Formel 1 Saison darstellen möge. Aber ich bin davon nicht überzeugt. Also, die fährt sich sehr schwierig, weswegen ich davon ein bisschen Abstand nehme. Was mir gerade auffällt, ist, mir fehlt meine Streckenkarte. Nein, das war es nicht. Oh! Zu früh und zu früh und zu spät gebremst. Also, zu früh, weil die KI mir schon wieder in den Nacken hing. Und zu spät, weil ich die Kurve verpasst habe. Das ist auch nicht... Hi, we biebsch. Wo ist sie denn? Ich brauche meine Streckenkarte. Bitte, hol mal eine Streckenkarte. Na, ist sie doch. Auf M, wo es auch hingehört. M wie ein Map. Meine Güte. Aber es kommt davon. Wenn man die Sachen so belegt, wie man sie eigentlich belegen müsste, wo man sie wiederfinden müsste, genau dann findet man sie nicht wieder. Oh! Die überholen mich immer hier! Oh, okay. Und das funktioniert anscheinend manchmal auch nicht so gut. Mit dem Ausweichen, da standen sie schon zu dritt in der Kurve und der vierte ist reingepäst. Aber, das spült uns bei ihm auf Platz 5 vor. Was ich auch nicht verkehrt finde. Die Reifen sind nach zweieinhalb Runden schon relativ runter. 7% haben wir schon hinten links verbraucht. Sprit müsste genügend drin sein. Runde 10, denke ich mal, kommen wir in die Boxengasse. Zu früh gebremst, zu spät gebremst, wie immer. Ah, Mann. Also, die Autos sind wirklich leicht zu fahren, weil kaum Leistung, kaum Gewicht, kann man wenig falsch machen. Nur, ich schaffe es trotzdem irgendwie. Hm. Da vorne seht ihr diesen hellblauen Punkt. Das ist der erstplatzierte. Der ist schon ganz gut weg. Und ich weiß nicht, wie er das schafft. Ein Mindestziel für die Saison habe ich übrigens nicht. Also, für diese Meisterschaft. Denn es ist jetzt erstmal die erste Meisterschaft zum Lernen. Wir gucken einfach mal gemeinsam. A, wie das Ganze ankommt. Und B, wie das mit der Gegnerstärke ist. Mit den einzelnen Einstellungen der Rennlänge, dem Reifenverschleiß, dem Spritverbrauch und alle möglichen. Und den Fahrkünsten zusammen mit dem Kommentar. Je nachdem, passen wir uns halt für die zweite Saison dann eben in der schwedischen Türenwagenmeisterschaft ein wenig an. Wir justieren hier nochmal ein bisschen nach, da ein bisschen nach. Und gucken mal, wie dann die zweite Saison so verläuft. Die zweite Meisterschaft. Da möchte ich dann allerdings irgendwo insgesamt auf dem Podium landen. Das wäre schön. Wie es hier aussieht, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ist ja jetzt auch das allererste Rennen überhaupt und daher können wir uns einfach mal überraschen lassen. Oh. Tschüssi. Aber immerhin halten sie jetzt nicht drauf wie die irren und schließen mich nochmal ab, nachdem ich schon am Streckenrand stehe. Also die KI ist jedoch deutlich durchdachter, deutlich ausgereifter, als sie in R3E derzeit ist. Oh. Na super. Da gab es gerade eine kleine Berührung. Mein linkes Vorderrad gegen sein rechtes Hinterrad. Das hat jetzt extrem Zeit gekostet und zwei Plätze. Irgendwie müssen wir mal langsam wieder auffohlen, ne? So. Das kann übrigens auch sein, dass ihr der Meinung seid, ne, also ein 1-Stunden-Rennen ist blöd. Macht doch lieber zweimal eine halbe Stunde. Einmal davon stehen und einmal fliegen, der Start. Können wir alles machen. Kann man hier zum Glück alles einstellen. Da bin ich mal ein bisschen auf eure Kommentare gespannt. Grundsätzlich, wie das Ganze so ankommt. Ob ihr doch Training und Qualifying sehen wollt. Oder lieber zwei Rennen statt dem einen. Dafür dann kürzere Rennen. Grundsätzlich, ob die Länge von einer Stunde für euch in Ordnung ist. Also ich dachte halt, mit dieser Rennlänge hat man eben die Möglichkeit, auch mal ein paar Boxenstops zu sehen und so ein bisschen durchzumischen, ein bisschen Strategie zu machen. Was auch nicht ganz uninteressant sein dürfte. Na, verdammt. Also die Kleinen sind zwar relativ leicht zu fahren, aber sie sind dennoch quirlig genug, dass man auch mal so einen ordentlichen Abflug hinlegen kann. Wir fallen momentan zurück und fallen zurück und fallen immer noch zurück. Das finde ich gar nicht schön. Möbius. Ey, guck an. Was macht denn das Möbius-Band hier? Möbius-Band sagt euch nichts. Das ist ein Band, das sich einmal um 180 Grad dreht. Also einmal um 180 Grad verdrillt ist. Und wenn man das in der Mitte aufschneiden würde, hätte man im Prinzip zwei ineinander verschlungene Ringe. Das ist ein sehr interessantes System. So eine mathematische Spielerei, die eigentlich kein Mensch braucht, aber es ist ganz lustig anzusehen. Ja. Vielleicht sollte ich das nächste Mal ein bisschen mehr auf Downforce geben. Jetzt sollte ich erstmal ein bisschen Gas geben. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ich mache ja schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt muss ich erstmal freie Sicht machen. Und welch mit dem Abreißvisier. Schön. Auch solche Gimmicks haben sie drin. Also das finde ich echt genial. Race 07 ist wirklich hier ein Hort an Überraschungen. Hat eben beliebig viele Features drin. Eigentlich alles, was man in einem Rennspiel erwarten kann. In die Punkte würde ich übrigens gerne kommen. Davon muss ich aber Achter werden. Oh, da schieben sie schon wieder zwei vorbei. Das ist ja nicht mehr herrlich. Die fahren ja hier wie die besenkten Säue. Also ich meine, die fahren fair. Das ist es nicht. Aber die fahren echt stark. Die ziehen immer auf der Bremse vorbei. Wo in anderen Spielen, eigentlich egal in welchem Spiel, auf der Bremse ist der Spieler der King. Da kann er an so ziemlich jeder KI vorbeifahren. Aber hier, da verlierst du auf der Bremse. So ist es dermaßen viel, wenn du keine Fahrhilfen anhast. Das ist brutal. Aber ich finde es gut gemacht. Also es ist wirklich spannend. Wir haben Rad-an-Rad-Kämpfe. Momentan zwar nicht die beste Ausgangssituation, aber insgesamt halt wirklich sehr spaßig. Aber ich finde es gut gemacht. Oh, oh, was war denn das jetzt? Ich glaube, jetzt habe ich mir gerade ordentlich den... Jo, jetzt habe ich mir gerade den Frontflügel ordentlich abgesenkt. Scheiße. Mal gucken, ob man damit noch fahren kann. In vier Runden möchte ich eh in die Box. Und dann würde ich den gleich mitmachen lassen. Aber ich möchte halt jetzt noch nicht rein, weil sonst passt das mit der Boxenstopp-Strategie überhaupt nicht mehr. Ja, ein bisschen untersteuern haben wir jetzt hier. Weil es ist schön, es kann kaputt gehen. Also das finde ich fantastisch. Man kann sich wirklich ein Aero-Teil abfriemeln und dann fährt das Auto nicht mehr richtig. Die Position finde ich gerade nicht so fantastisch. 18er von 24, das ist doch ein bisschen hinter meinen Erwartungen. Und der Boxenaufenthalt wird noch mal eine halbe Minute länger dauern durch den Aero-Tausch. Ah, da blockieren die Vorderräder momentan extrem, weil einfach keinerlei Abtrieb vorne mehr vorhanden ist. Ah, und der Führer überrundet schon fleißig. Ah, wie schön. Oh Mann, oh Mann. Ups, ich habe ein bisschen verpasst, weil ich an der Bremsverlangenung gespielt habe. Kaution, Single Yellow Flag in Sektor 1. No Overtaking. Ja, auf jeden Fall. Also man merkt, dass hier ein Frontflügel fehlt. Das merkt man wirklich extrem. Das Auto hat vorne überhaupt keinerlei Grip mehr. Okay, keinerlei Grip ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber extrem wenig Grip. Das merkt man dem Ding sofort an. Also das finde ich auch sehr gut gemacht. Single Yellow Flag in Sektor 2. No Overtaking. Also dass man sich hier nicht nur was abfahren kann, sondern dass es eben auch Auswirkungen hat. Genauso wie eben auch die Reifenabnutzung. Also das merkt man dann auch, wenn die Reifen langsam fertig sind, dann hat man da einfach weniger Grip. Bei der DTM Experience fährst du die ganze Renndistanz mit dem gleichen Satz Reifen und merkst nichts. Du wirst einfach nur schneller gegen Ende. Keine Ahnung, was da schon wieder soll, aber hier in Race 07 hat man eigentlich wirklich alles, was man braucht. Wir verlieren momentan extrem viel Zeit durch den fehlenden Frontflügel und den fehlenden Anpressdruck. Aber das Verstellen der Bremsballons hat schon mal einiges gebracht. Das merkt man auch. Und über die nächste Runde geht's rein. Oh, da geht's nur noch geradeaus. Vielleicht habe ich mich mit der KI-Stärke doch ein kleines bisschen übernommen. Aber beim Proberennen war es halt so, bei 90% KI hast du keine Gegner mehr. Da hast du nur noch Opfer. Ich hätte allerdings auch einkalkulieren müssen, dass ich ja ständig irgendwelche Fehler mache. Da müsste ich mich ja gut genug kennen mittlerweile. Deswegen ich dann eben stellenweise extreme Zeitverluste habe. Ah, schiebt das Auto momentan, meine Herren. Wir müssen unsere母 shoten umfantasischen. Das ist Weatherzeit nicht sonstig. Los overcome. Schloss automaticität. Presion this last. Hazjan dis velocidade. incentives. jetzt war ich bestimmt zu schnell in der box versuchen wir mal unsere boxen strategie ein bisschen zu ändern mit frischer aero frischen sprit frischen reifen raus und ich hoffe einfach dass wir jetzt mit noch einem stopp hinkommen und nicht plötzlich liegen bleiben war das momentan wirklich hoffen weil erfahrungswerte habe ich gerade keine mehr und ich hoffe auch ich gehe jetzt keine durchfahrtsstrafe weil zu schnell ja komm repariere schneller so eine nase tauschen das dauert doch nicht ewig okay also wir sind jetzt auf platz 20 zurückgefallen dafür haben wir frische reifen ihr seht es hier und stop and go sogar scheiße oh man oh man oh man oh man aber hier kann ich sehr verstehen ich bin eindeutig zu schnell gewesen in der boxengasse dass ich dafür eine stop and go krieg ja vernünftig war nur weil ich dreimal die strecke nach außen hin verlassen habe stop and go zu kriegen oder eine durchfahrtsstrafe wie in dtm experience immer beim besten will nicht so einfach auch gar nicht vernünftig noch nicht vernünftig irgendwie sondern ich glaube ich bin echt vernünftig für euch recht vernünftig Untertitelung des ZDF, 2020 Also Punkte bekommen wird glaube ich heute nichts, 8er Platz müssten wir dafür sein Wir können vielleicht noch ein bisschen was durch unsere Boxenstrategie gewinnen Aber dadurch, dass wir schon eine zusätzliche Stop-and-Go-Strafe haben, will ich auch das eigentlich bezweifeln So, dann machen wir mal eben unsere Stop-and-Go noch Ist aber immerhin keine 10 Sekunden, sondern wirklich nur Stop-and-Go Immer noch auf der 20, allerdings hat das extrem viel Zeit gekostet Was ja irgendwo logisch war Ha, der Dritt platzierte gerade vor uns Allerdings schon mit einer Runde Vorsprung, das darf man nicht vergessen Unser direkter Gegner hat gerade 25 Sekunden Vorsprung Was aber auch nicht gerade wenig ist Caution, Single Yellow Flag in Sector 1 No overtaking Caution, Single Yellow Flag in Sector 2 Aus irgendeinem Grunde haben wir gerade ordentlich Zeit gut gemacht auf unseren Vordermann Ich würde mal vermuten, der war gerade in der Gelbphase beteiligt Juhu Nein, nicht gut Das kostet schon wieder Zeit Diese Fahrfehler, immer diese Fahrfehler Mensch, Swati, konzentrier dich doch mal Mann, 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 Mann Also das erste Rennen ist einfach so ein Leerrennen Daraus müssen wir unsere Lehren ziehen Und müssen wir einfach was lernen Und ich denke, wir müssen halt mit dem Platz leben Den wir dann auch letzten Endes bekommen Aber ich lasse die jetzt nicht vorbei Anscheinend doch Ja, mal gucken, ob ich ihn ausbeschleunigen kann Sieht momentan nicht verkehrt aus Ein paar Leute in der Boxengasse Ja, jetzt beim Bremsen wird's kritisch Überholt er mich wieder oder bleiben wir vorne? Er überholt mich Aber er verbremst sich dezent Fährt raus ins Gießbett Das ist unsere Chance Jawohl Eine Minute und sieben Rückstand auf den Vordermann Das hat was Es waren einfach bisher schon wieder viel zu viele Fahrfehler drin Und dabei haben wir gerade mal 25 Minuten hinter uns Das hat es auch schon wieder Naja, ein Versuch war es wert, ne? Und wieder einmal haben wir die wilde Meute direkt hinter uns. Ihr seht es irgendwo im linken Außenspiegel, direkt in der Streckenkarte. Das wird ein harter Fight, um überhaupt noch unter die Top 20 zu kommen. Das ist schon ein bisschen schade. Wie war das mit dem Handbremseffekt, wenn man... Okay. Fahrt ihr jetzt alle über meinen Frontflügel drüber, oder wie sieht es aus, liebe Leute? Blu-Flag, first warning, move over. Blu-Flag, first warning, move over. Jawohl. Hier muss jemanden... Die Vorsicht vorbei. Ja, was soll ich denn machen, wenn er nicht vorbeifährt? Mehr als Platz machen kann ich doch auch nicht. Blu-Flag, third and final warning. You must move over now. Hm. Krumpf. Caution, single yellow flag in Sektor 1. No overtaking. Cue. Ei, ei, ei. Ich glaube, ich habe gerade ein Rad weniger, oder? Ne, sind alle vier da. Oh, Glück gehabt. Es ist definitiv nicht mein Rennen momentan. Ähm. Es ist aber höchstgradig spannend. Also, wir haben schon ein paar Zweikämpfe erlebt und die KI schießt sich zum Glück immer wieder mal raus. Und alles ganz toll. Ich kann nur nicht fahren. Wäre schlimm, wenn es einmal so deutlich wird, dass ich einfach nicht fahren kann. Häääää. Hääää. Häää. Schauen, ob wir seinen Windschatten ein bisschen nutzen können. Dass es Windschatten hier gibt, wissen wir ja. Aber anscheinend bringt uns gerade nicht viel. Und da wurde ich gerade ein bisschen von der KI mitgenommen. Also irgendwie kriegen die hier alle den Bremspunkt nicht. Die fahren einmal raus. Komisch. Da, den Tiffusi, den brauchen wir. Schnapp die Ferraristi. Ja, und jetzt muss ich dich gleich wieder vorbeilassen, oder was? Ja, doch. Meine Güte, dieses blaue Flaggensystem ist echt nervig. Also ich meine, da kann das Flaggensystem nicht viel für... Das ist halt einfach so. Und das stelle ich mir in der Formel 1 dann auch extrem blöd vor für mal Ruscher und Ketterhemfahrer. Besonders wenn die eben noch ihren eigenen Fight haben, hinten um die letzte goldene Ananas. Und dann kommt da einer und sagt dir, ich bin schneller, lass mich durch. Ist bestimmt nicht prickelnd. Und das merkt man hier jetzt auch mal, wie das so ist. Ah, wieder den Bremspunkt verpasst. Aber ich habe keine Warning für Abkürzen bekommen, weil ich habe hier die Strecke nach außen verlassen, habe Zeit verloren. Auch das funktioniert hier deutlich besser. Wenn ich abkürze, kriege ich eine Warnung wegen Abkürzen. Wenn ich die Strecke verlasse, dabei Zeit verliere, kriege ich nichts. Weil ich bin ja schon bestraft dadurch, dass ich Zeit verloren habe. Das sollte man sich vielleicht bei Race 07 auch nochmal abschauen, liebe Simbin, Leute. Guckt mal in euren eigenen Code, ihr wisst doch, wie es geht. Warum kriegt ihr es denn, bitteschön, in R3E nicht gebacken? Weil dieses Strafsystem, wenn man dreimal die Strecke verlässt, dass man eine Durchfahrtsstrafe kriegt, bin ich höchstgradig pervers. Es ist einfach nicht real, nicht normal, nicht Simulation. Das ist aber nur Scheiße. Und hier sieht man, wie es eben auch anders gehen kann. Super, jetzt habe ich schon wieder einen Platz verloren. Wie steht es denn um die Reifen? 85% hinten noch. Es ist nicht viel. 90% vorne ist auch nicht viel. Ich möchte nicht letzter werden. Also das ist mein Minimalziel für heute. Nicht letzter werden. Auch hier gerade kein Abkürzen. Es wäre eigentlich schon fast ein Abkürzen gewesen, aber ich habe anscheinend doch zu viel Zeit verloren, weswegen es eben nicht als Abkürzen gewertet wurde. Und das funktioniert ja einfach, das System. Nur R3E baut halt darauf auf, dass jede Runde genau zwischen diesen beiden weißen Linien stattzufinden hat. Wenn dem nicht so ist, ist es halt Abkürzen. Egal wie viel Zeit du verlierst. Weil man muss dich ja dazu zwingen, dass du eine saubere, eine ordentliche Runde fährst. In jedem Rennen. Weil sonst macht das alles keinen Sinn. Egal. Wir sind hier, um Spaß bei Race 07 zu haben und nicht, um uns über Race Rom aufzuregen. Ich lasse den 21. nicht vorbei. Kannst du knicken. Hätte man so ein paar weniger Fehler gemacht, könnte man, glaube ich, ganz gut vorne mitschwimmen. Aber hätte, wäre, wenn. Ist leider anders gekommen. Ich habe es verdummbäutelt. Sehe ich ein. Damit müssen wir jetzt leben. Mal wieder. Und der nächste auch gleich wieder raus. Jetzt gehe ich gleich wieder an den Blue Flag, weil ich ja irgendwo an dem vorbeifahre. Oder auch nicht. Ich will doch nur an Tifusi vorbei, bitte. Okay. Das kam ein bisschen spät. Das mit der Corschen. Wenn das Auto gerade vor mir sich querstellt, dann habe ich beliebig wenig Chancen, da noch irgendwas auszurichten. Das war's. Okay. Ja, dann soll er sich erstmal mit dem Diffusi rumschlagen. Dann move ich gerne over. Ah, was die Dinger für einen Grip haben. Wenn man sie nicht so schnell bewegt, dann gehen die richtig gut durch die Kurve. Sehr schön, sehr schön. Es sind halt kleine, handliche Formelwagen. Also, die machen schon Spaß. So ist es nicht. Guter Einstieg in alles Mögliche. Mögliche, so wie ein Formelsport. Das ist quälig, leicht, agil, aber spaßig. Müssen wir sich vielleicht auch mal ins Wohnzimmer stellen oder auf die Kartbahn damit gehen. Caution, Single Yellow Flag in Sector 1. Ja, 12 Sekunden haben wir noch Rückstand. Der wird also gerade auch wieder extrem kleiner. Falls jetzt hier irgendwem das Wort Gummiband-KI einfällt, ich glaube nein. KI macht ein paar Fahrfehler. Ja, aber eine Gummiband-KI kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Kloppt sich gerade der Dritte mit dem 18. Unsere Chance. Zumindest mal den 18. Platz wieder zu ergattern. In den Rhein, ordentlich rausbeschleunigen. Gleich wieder die blaue Flagge gezeigt bekommen. Ach, der geht jetzt auch noch in die Box. Ich bin schon ganz over. Ich meine... Oh Leute. Besser. Blaue Flag, first warning, move over. Caution, Single Yellow Flag in Sector 1. Das mit den blauen Flaggen ist echt nervig. Aber kann, wie gesagt, das Flaggensystem nichts für, sondern... Es kommt halt davon, wenn man so weit hinten fährt. Flag, first warning, move over. Balloon Flag, first warning, move over. Da kriegt man wenigstens mal ein Gefühl für, wie das in der echten Formel auch so ablaufen müsste mit den blauen Flaggen. Gibt's ein Lächeln, runter vom Gras. Gibt's ein Lächeln, runter vom Gras. Stellenweise kommen wir einfach besser durch die Gegend als die KI. Allerdings beim Anbremsen hat's uns wieder. Der Führende ist gerade in der Box und hat die Führung verloren. Und ich hab den Bremspunkt verloren. Scheibenkleister. Das kostet Zeit. Jo, besonders wenn man sich da nochmal wegdreht. Die Hinterreifen auf 75% ist eigentlich noch ganz in Ordnung. Nicht mehr ideal, sicherlich nicht. Aber noch eigentlich ganz in Ordnung. Also ich glaub, Platz 18 ist das, was wir noch erreichen können. Die 45 Sekunden vom Vordermann. Brauchen wir nicht drüber reden. So, ein bisschen verbremst. Schon wieder. Ich war nicht daran schuld, dass er sich ins Gießbett verabschiedet hat, ja? Nicht, dass mir einer von euch den... ...schwarzen Peter zuschieben will. Das war ein bisschen... ...schwarzen Peter. Nicht-schwarzen Peter. Danke. Jetzt bin ich leider ein bisschen tonlos. Das finde ich gerade nicht so schön. Ich mache das Schalten nicht unbedingt einfacher, weil man halt ein bisschen gucken muss, wo denn der rote Bereich ist. Ja, schöne neue Funkheads, die gerade mal nach zweieinhalb Stunden machen und dann ihren Geist aufgeben. Weil die Akkus zu schwach sind. Oh, einmal zu weit runtergeschaltet. Großer Fehler. Oh, 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 oh. Oh, nicht. Oh Gott, da kannst du gegenlenken, wie du willst. Wenn der Skat kommt, dann kommt es. Aber noch alles in Ordnung. Ja, was soll ich denn machen? Ich fahre jetzt rechts rüber. Gehe vom Gas. Gott. Und der mit dem Gleichen. Schon wieder. Okay. Das ist halt so. Wir gehen auch beide noch in die Box. Ja, wann gehen wir denn das nächste Mal in die Box? Wäre jetzt eigentlich an der Zeit, Ende dieser Runde reinzugehen. Wir haben übrigens den Abschlag schon ein bisschen verringern können auf den Vordermann. Um drei Sekunden immerhin, aber das reicht bei weitem nicht, um diese 40 Sekunden, die da stehen, auszumerzen. Da müssten wir noch etliche Runden fahren. So viele haben wir definitiv nicht mehr übrig. Oh Gott, ein Fahrfehler reiht sich an den nächsten. Ich glaube, die Reifen sind mittlerweile eben doch relativ gut durch. Wobei, bei 70% dürfte man noch nicht so sonderlich viel merken. Mist ist es trotzdem. Wir gehen jetzt einfach mal diese Runde rein. Das Heck wird schon wieder sehr instabil. Man muss viel gegenlenken. Aber das finde ich eben auch gut gemacht. Bei der DTM Experience merkst du null, dass die Reifen schlechter werden. Und hier hast du gerade mal 30% des Reifens abgefahren. Also du hast eigentlich noch ordentlich Gummi drauf, aber das Ding fährt sich fast wie auf Schmierseife. und im Vergleich zu frischen Reifen da fährst du wie auf Schienen. Das ist schon sehr gut gemacht. Und einmal bitte nachdenken und Reifen wechseln. Ich habe dann auch gleich mal die Zeit genutzt und ein bisschen Sound wieder angemacht. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht noch zusätzlich über das Mikro, weil ich jetzt einfach die Lautsprecher angemacht habe und das Setzett komplett weglassen. Ich bin da recht zuversichtlich, dass es soundtechnisch klappt. Zwei Plätze verloren durch unseren Boxenstopp, aber die Kollegen kommen ja auch nochmal rein. Gib Gas. Das ist natürlich hier auch ein bisschen daneben. 30 Sekunden für so einen Boxenstopp in der Formel 1 wurde der seinerzeit mit Nachtanken in 8 Sekunden erledigt. Wir stehen jetzt hier 20 Sekunden in der Boxengasse. Ist halt... Naja. Will die kleinen Schönheitsfehler am Rande auch, dass er den Motor ausmacht. Das ist zwar bei der ADAC GT Masters oder grundsätzlich bei den GT-Rennen so, aber nicht bei den Formelrennern oder zumindest bei der Formel 1. Gut, bei der Formel BMW hat es ja wahrscheinlich gar keine Boxenstopp gegeben. Genauso wenig wie bei der WTCC. Und da kommen wir eigentlich her. WTCC war Ausgangspunkt dieses Spiels und damals gab es eben noch gar keine Boxenstops im Spiel. Die wurden erst nachgereicht, als man noch das eine oder andere eingepflegt hat. Ich glaube, bei den GT-Rennern über... Ja, müsste eigentlich die GT-Renner gewesen sein, auch wegen Pflichtboxenstopp. Die meisten Formelklassen, eigentlich alle bis auf die Formel 1, kommen ohne Boxenstopp aus. Ha, ha, ha. Nicht schon wieder. Wie war das mit dem Aufschienenfahren? Mhm. Oh, Moment. 18. Platz wird schon ein harter Kampf, glaube ich. Ja, Moment. Ja, Moment. Ops, bisschen abgekürzt. Och komm. Ist dafür noch ein Stopp und Go. Meine Güte. Das passiert eben auch nur, wenn man zu oft dann abkürzt, also wirklich abkürzt. Und nicht, wenn man ein paar Mal die Strecke verlassen hat nach außen hin. Platz 23, peinlich. Und der Führende. Wir werden jetzt glaube ich zum dritten Mal überrundet. Und gleich jetzt wieder blauer Flangen. Ja, schön. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ach, der Herr Möbius. Der 17 platzierte. Ich habe mich in Sachen KI-Schwierigkeitsgrad wirklich ein bisschen vergriffen. 90% hätten es sein können, glaube ich. Weil beim Kommentieren ist man halt immer ein bisschen unachtsam und macht dann seine Fehler. Und bei mir häufen die sich momentan leider extrem. Das tut mir wirklich total leid. Das müsste alles nicht sein. Ich weiß aber auch nicht warum. Also in der Formel 1 geht es doch auch. Da komme ich auch besser klar. Nur hier momentan wirklich ein Fehler nach dem nächsten. Das war alles anders geplant. Was ja offensichtlich ist. Jetzt muss ich mich an dem vorbeistehlen und dann irgendwie die blauen Flangen ignorieren. Aber wenn ich hinter ihm bleibe, gewinne ich auch nichts. Das ist ein ganz anderes Fahren. Ein ganz anderes Fahren jetzt mit diesen Reifen. Es sind eben wieder... Okay, 95% haben wir noch auf der Uhr. Aber man merkt, besonders bei dieser letzten Schikane, mit wie viel mehr Schmackes man da durchkommt. Vorher bauen halt die Reifen extrem ab. Und ihr habt ja gesehen, was dann passiert. Hier, dann geht mal das Heck weg, dann geht die Nase weg, dann geht alles weg. Und dann steht man eben plötzlich 20 Grad in der Wand. Aber mit den neuen Reifen ist das wieder ein ganz anderes Fahren. Und finde ich ganz gut simuliert eben diese Reifenabnutzung. Neun Minuten Fahrzeit noch. Macht nur ungefähr fünf Runden. Ein bisschen weniger als ich geschätzt habe. Ich glaube, hier kriegen wir nicht mehr so viel gebacken. Da ist der 22 platzierte. Schön, den holen wir uns. Ich will aber eigentlich 18. werden. Ich frag nur, wie. Sorry, war nicht beabsichtigt. Meine Güte. Vielleicht kriege ich wieder blaue Flaggen. Vielleicht doch. Nein, und jetzt hat das Spiel erkannt, ich bin schnell genug. Darf mich zurückrunden und krieg jetzt keine blauen Flaggen mehr. Bis zu dieser Schikane, weil da kommt er eh wieder ran. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Spannendig. Wir holen auf den Fonds nicht auf. Warum nicht. Warum nicht. Kann doch nicht so schwer sein, auf den 22. irgendwie ein bisschen Zeitgut zu machen, oder doch? Selbst der erste steckt im Kies. Jetzt haben wir auch eine Sekunde ungefähr gewonnen, auf den 22. 16. Aber auch das bringt uns nicht sünderlich weiter. Die Uhr tickt. Sieben Minuten haben wir noch. Wo soll ich denn hin? Oh, au, au, au. Okay. Kamikaze-Aktion. Das ging da hinten los. Und wieder 4, Sekunden auf den 22. Rückstand. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Das kann auch eine interessante Saison werden. Ich bitte euch trotzdem nicht abzuschalten, weil ich denke, wir werden noch das ein oder andere spannende Rennen haben. Nein, jetzt habe ich wieder vom Flügel zu wenig. Scheibenkleister. Meine Güte. Hier ist man momentan auf. Ah, was. Ziemlich der Wurm drin in dem Ganzen. Also in meiner Fahrweise, nicht im Spiel, sondern einfach in meiner Fahrweise. Wir haben jetzt uns zweimal den Frontflügel abgesetzt und uns ungefähr 100 Mal in die Botanik verabschiedet. Zehnmal gedreht, dass man da keine Top-Platzierung mehr erwarten kann, ist ja irgendwie klar. Die Schwierigkeit an sich auf eine Runde gesehen ist in Ordnung, nur... Auf das ganze Rennen wird es halt wirklich kompliziert. Auf das ganze Rennen wird es halt wirklich kompliziert. FALUTE FLAG, FURST WARNING, MOVE OVER. CAUTION, SINGLE YELLOW FLAG IN SECTOR 1, NO OVERTAKING. FALUTE FLAG, FURST WARNING, MOVE OVER. 22. MEIN HERREN. Und das mit identischen Fahrzeugen. CAUTION, SINGLE YELLOW FLAG IN SECTOR 3, NO OVERTAKING. CAUTION, SINGLE YELLOW FLAG IN SECTOR 3, NO OVERTAKING. Also ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal das zweite Rennen an, wie das so läuft in Manikur. Und wenn das wieder nichts wird, wenn wir wieder so weit hinten landen, dann starten wir die Saison nochmal neu, ohne die ersten beiden Rennen machen. Also einfach nur die letzten acht Rennen und dann eben mit einer anderen KI-Schwierigkeitsstufe. Ich finde es wirklich momentan von dem Level her gut. Das ist knackig, man hat eben ein paar Überholmanöver und ein paar Zweikämpfe. Ich mache halt nur zu viele Fehler. Das ist der Punkt. Aber ansonsten ist die Schwierigkeit für die reine Geschwindigkeit, also für meine reine Geschwindigkeit, schon in Ordnung. Es ist halt nur, dass ich zu unkonzentriert bin oder was weiß ich, also einfach zu viele Fehler mache, zu oft neben der Strecke bin. Ansonsten würde es richtig Spaß machen, denke ich. Auch so macht es also riesig Spaß, weil wir haben wirklich viele Zweikämpfe, auch wenn es halt manchmal nur ums Überrunden geht oder ums Verbremsen. Ah, super. Oder irgendwo hinten um die Plätze 20 bis 25, ne 24. Aber es macht halt trotzdem tierisch Spaß. Das ist etwas, was mit DTM Experience oder auch R3E überhaupt nicht vermitteln können. Also diese Art von Spaß, auch besonders wenn es um die letzten Plätze geht. Ich reg mich momentan auch nicht drüber auf, weil ich weiß, es waren einfach meine Fehler. Es waren meine Fahrfehler, die dafür gesorgt haben, dass ich jetzt hier hinten rumdümpel. Ich habe aber wirklich faire Kämpfe mit der KI gehabt, davon nicht gerade wenige. Und einfach so ein spaßiges Rennen, auch wenn es halt hinten nur um die Goldene Ananas geht. Und jetzt geht es immer noch ins Kiesbett, weil einfach Abtrieb fehlt. Du holst jetzt nicht den 21. von mir. Nichts da, Kollege. Du bleibst schön in meinem Rückspiegel und nicht vor meiner Nase. Eine Runde noch. Eine müssen wir noch irgendwie überstehen. Okay. Also mittlerweile ist, äh... Ja... Die Reifen sind auf 90% und irgendwie bremst mittlerweile gar nichts mehr. Noch eine zusätzliche Stop & Go. Das heißt, den 21. müssen wir leider auch abgeben. Äh, Mensch, ja, Mensch. Müsste man auch ein bisschen umsichtiger fahren insgesamt. Aber es ist eben auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ich denke, für unser erstes Rennen war es keine Glanzleistung. Ganz sicher nicht. Aber... Wir müssen uns halt erstmal an das Spiel gewöhnen. An das Auto. An den Modus. Äh, und einfach konzentrierter fahren. Fahren. Und wie gesagt, wenn das zweite Rennen ähnlich... Ähnlich schlecht wird, dann stellen wir halt nochmal ein bisschen um. Es geht nicht, dass wir während der, äh, Meisterschaft an den Einstellungen nochmal drehen. Das geht eben nur, wenn wir eine neue Meisterschaft anfangen. Und dann würden wir halt auf die ersten beiden Rennen verzichten. Aber ich möchte dafür wirklich... Ah Gott. Dafür wirklich, äh, das zweite Rennen erstmal abwarten. Und mal schauen, wie wir uns dann da in Manikur schlagen können. Ja. Das Rennen ist rum. Wir haben 26 Runden gefahren. Müsst noch einmal kurz in die Box springen. Das Stop and Go. Penalty. Ja, ich hoffe, euch hat das Rennen trotzdem ein wenig Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann bitte den Daumen nach oben. Und, äh, es würde mich auch freuen, wenn ihr mich eben während der Meisterschaft ein wenig begleitet. Während der ganzen Karriere. Denn das Programm habe ich euch genannt. Denn nächste Station ist die STCC, also die schwedische Tourenwagenmeisterschaft. Und unser großes Ziel ist die GT Pro-Klasse mit den ordentlichen GT-Rennen. Ähm, ja, das ist mir auch klar. Es macht mir auf jeden Fall tierisch Spaß, hier so mal eine Stunde Race 07 zu fahren. Ähm, und ich hoffe euch auch ein bisschen, und ich würde mich halt wirklich freuen, auch von euch ein bisschen Feedback zu kriegen, wie das Ganze so ist. Und, ob ihr, äh, okay. Ob ihr grundsätzlich mit dem Modus zufrieden seid, ob das ganze System für euch passt, ob die Einstellungen passen. Oder ob ihr einfach sagt, ne, jetzt mach ich nochmal neu, fang nochmal an mit leichteren Gegnern. Aber hier würde ich halt wirklich erstmal die nächste, das nächste Rennen noch abwarten wollen. Ähm, ja, also ich bin einfach mal gespannt, was ihr zu dem ganzen Thema meint. Äh, das ist jetzt, wie gesagt, unsere erste Meisterschaft, unsere erste Karrierestufe. Und für alle weiteren Stufen kann man dann natürlich an den einzelnen Parametern schrauben, kann noch ein bisschen was drehen, kann sich drum kümmern, dass es besser wird, dass es anders wird. Und da bin ich einfach mal ein bisschen auf euren Input gespannt und möchte auch gerne mit euch das Ganze ein bisschen aufbauen und ausarbeiten. Und damit schließe ich dann erstmal für heute. Ich habe zumindest für mich unterhaltsames Rennen erlebt und freue mich schon auf den nächsten Lauf, dann in Manikur in Frankreich. Ähm, ja, würde mich einfach freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid und mich noch ein bisschen über die Meisterschaft und die Karriere begleitet. Bis dahin, macht es gut, euer Spoddy. Bis dahin, macht es gut, ich würde mich nicht